Mein Dortmund, Folge 3. Ich bin heute im Stadtteil Homburg und mein Plan mit einem Spanier zum Italiener. Hi Matteo. Wie geht's? Gut, und dir? Alles gut, alles gut, danke. Sehr schön. Matteo, wir haben dich gefragt, zeig uns mal einen deiner Lieblingsorte in Dortmund und du hast sofort gesagt, Bon Gusto. Bon Gusto ist einer meiner Lieblingsplätze in Dortmund und ich komme immer hier mit Familie, Freundinnen auch alleine und ich werde jetzt dir zeigen, warum komme ich hier und dann wirst du verstanden. Okay, sehr gut, dann lass uns reingehen. Alles gut? Alles gut bei dir? Ja, super. Fuji, das freut mich. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir dürfen. Als wir Matteo gefragt haben, zeig uns mal einen deiner Lieblingsorte in Dortmund, hat er sofort gesagt, wir gehen essen zu Bon Gusto. Aber ich habe gesehen, er ist nicht der einzige BVB-Spieler, der gerne herkommt. Wie stolz macht dich das? Natürlich macht mich das stolz. Ich bin Dortmund-Fan, durch und durch. Ich bin ja gerne im Stadion, fast bei jedem Spiel. Und wenn auch ein Dortmunder Spieler herkommt, natürlich ist das wunderbar. Für uns ist das natürlich auch hier in Hamburg und so. Das macht mich natürlich schon stolz. Und spricht ihr auch vor euer Essen? Natürlich. Das müssen die entscheiden. Ja, aber sie kommen ja wieder. Matteo, würdest du denn sagen, ihr seid schon sowas wie Freunde? Ja, hundertprozentig bin ich hier in Dortmund. Ich komme immer gerne hier. Ich habe eine gute Relation mit Fuji. Und sie sind wie meine zweite Familie hier. Ich komme immer hier zum guten Essen essen. Und ich bin immer freundlich. Sehr gut, sehr gut. Dann hoffe ich trotzdem, dass du für uns auch reserviert hast. Zeig uns mal, wo wir uns hinsetzen dürfen. Dann gehen wir. So, wünsch ihr Lieben. Dankeschön. Mal probieren. Tja, das geht ja real. Normalerweise würde ich ja jetzt den Wirt fragen, was er so empfehlen würde. Aber Matteo, wenn du dich hier schon so gut auskennst, brauchst du wahrscheinlich auch gar keine Karte? Ja. Wir kennen uns schon gut. Und ich denke, wenn Fuji mich in die Tour sieht, dass ich jetzt kommt und er weiß schon Bescheid, was ich gelernt wollte. zu essen. Und ich nehme immer gerne den Fischsteller. Sie machen sehr gute frische Fisch hier und mit ein bisschen Gemüse und sie machen immer super lecker. Das kannst du mir empfehlen? Ja, ich werde das sagen. Ist das eine gute Wahl, die er nimmt? Ich denke ja. Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss man mal probiert haben? Also Fisch ist das gerne. Also wie gesagt, Fisch würde ich schon empfehlen. Also bei Fisch kann man nicht Nein sagen. Gut, dann probieren wir das. Wir können auch gerne in die Küche gehen und kann ich euch zeigen, was wir da haben? Sehr gerne. Können wir gucken? Wenn ihr Lust habt, dann können wir... Du kannst gucken? Ja, das wollen wir natürlich sehen. Dann gehen wir gerne in die Küche. Ja, ja, wir haben alle Angst. Wir haben hier eine frische Dorade. Mateo? Ich habe ein Problem hier. Wir stellen was zusammen jetzt natürlich. Alle von mir, oder? Das denkt ihr dann. Sag uns, was wir tun sollen. Können wir eine ganze Dorade machen? Ja, klar. Bisschen Olivenöl. Haben da großen Hunger mitgebracht. Zack. Ich fühle die Gabaroni. Ich bin Gabaroni-Fan. Genau, ein bisschen marinieren. Das ist nur der Teller von Mateo, oder? Ja, eine davon. So, ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen Tuffisch-Teg noch. Wenn du Mateo so erlebst. Jetzt hat er ja schon auch eine schwierige sportliche Zeit zumindest hier in Dortmund gehabt. Trotzdem ist er immer am Lachen, wie man jetzt auch schon wieder sieht. Erzähl mir mal, wie er so auf dich wirkt. Er war auch verlässt. Er kam auch verlässt hier rein. Am Strahlen, am Lachen. Die Kunden begrüßen, wenn er hier reinkommt. Also, super. Also, sagt Hallo. Diese Leute sehen ihn, grüßen ihn. Also, ist wirklich wunderbar. Vielleicht hilft aber auch das gute Essen. Immer gut draufzuschauen. Ja, sicher. Ich bin sicher, dass dieses gutes Essen und Fischsteller und so, das habe ich immer nehmen, wenn ich war hier. Hat dann zu mir geholfen, zu fit werden. Und ich freue mich, mich sehr freundlich mit Fuji-Haba, mit dem Bon Gusto-Restaurant zu sein. Ich freue mich immer, zu hier zu kommen und ich bin immer sehr freundlich, hier zu kommen. Sehr gut. Damit fangen wir an. Fischstelle oder? Ich würde du Fischsteg machen wir als letztes. Ich will die ein bisschen Gemüse dazu noch. Ja, sehr gerne. Wir haben auch ein bisschen hier vorbereitet. Genau. Matteo, kannst du ein bisschen Champignon schneiden oder ist das schlecht? Ja, schon sehr. Und ein bisschen dicker. Perfekt. Haba, willst du ein bisschen Spaghetti machen oder wer möchte von euch? Ich versuche mich nicht. Richtig, sonst haben wir erst wieder Brühe. Hey! Mach rein! Hey! Hey! Wuhu! Ah ja. Stefan. So, gerade einmal drehen bitte. Verbrenn Sie gerade in Forza! Steine mit dir! Das ist ja richtig Stress, Haba. Jawoll! Einmal drauf bitte. Danke dir. So. Die sind ja meistens auf die Pasta. Sehr gut. So, einmal drehen die Fahne bitte. Gemüse. So, jetzt haben wir die Spaghetti. Einmal Tuffisch umdrehen bitte. Tuffisch umdrehen bitte. Hey! Hey! Schwer, Schwer! Ja, langsam, langsam, langsam. Genau. Umdrehen einmal. Bravo! Hey! 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 Noch einmal. Hey! Bisschen Olivenöl. Tele ist hinter uns. Ja. So, Matteo, mit zwei Pfannen bitte einmal. Oh mein Gott! Einmal probieren. Ja, 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 ja. Hey! Hey! Bravo! So, wir müssen alles servieren, weil das verbrennt. Ja. Pasta machen wir separat. Matteo, einmal die Dourade drauf auf die Gemüse. Sehr gut. So gefällt mir das. Genau. Perfekt. Zwei Gamberoni. Ich darf essen. Bisschen schneller mit Zwischen. Sie servieren, ich darf essen. Weiter, weiter. Nächste, 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 nächste. Hopp, hopp, hopp. Ich hab Hunger. Hopp, hopp. Eine nächste Gamberoni bitte. So, Tupfi-Steak einmal in der Mitte, dass man sieht. So, der ist schön rosa. Der sieht gut aus. Ohlala! Kann man auf den Teller machen. Hopp, hopp. Willst du ein bisschen schöner marinierte Knoblau bisschen oben drauf machen? Auf den Tupfi? Auf den Tupfi, genau. Einfach schön verteilen. Perfekt. Warte noch nicht. Jetzt muss Tupfi-Steak drauf jetzt. Hier? Ja, bitte. Ah! Super. Perfekt. So, geh auf deinen Teller und wir machen ein bisschen Petersilie oben drauf. Ohlala! Dankeschön. Das hat mich gefreut. Super. Danke. Danke. Das war ja mal interessant in der Küche, aber ich habe jetzt auch richtig Hunger. Bevor wir aber essen, Matteo, nochmal zum Sportlichen. Wir haben es in der Küche kurz thematisiert, diese schwere Zeit mit den sportlichen Rückschlägen immer wieder. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, du bist wieder ganz nah dran am Comeback. Ja, stimmt. Das war nicht eine einfache Zeit für mich. War ganz schwer für mich, für meine Familie. Aber endlich bin ich wieder da. Ich bin fit, ich bin im Teamtraining und das ist sehr richtig für mich. Ich wollte jetzt nur zu genießen, den Fußball. Ich konnte diese zwei Jahre nicht genießen und alles geben für BVB. Ja, super. Genießen wollen wir jetzt auch. Das gute Essen. Das ist sicher. Das ist sicher. So, ihr Lieben, jetzt kommt das Essen einmal. Wie aufs Stichwort. Matteo, mein Lieber. Ohlala. Danke schön. Danke schön. Das sieht super lecker aus. Ein bisschen Pasta bringe ich noch. Ja. Ist gut? Danke. Freue ich mich. Sieht super aus und es schmeckt auch gut. Matteo, vielen Dank für diesen Tipp. Das ist hier echt wie bei Freunden. Danke für deine Zeit. Danke dir. Und jetzt guten Hunger. Also, danke fürs Zuschauen. Fortsetzt und folgt, denn Dortmund hat natürlich noch viele weitere Plätze, die wir euch zeigen wollen. Bis bald bei Mein Dortmund. Schön. Gehen noch mal.